Einfache Möglichkeit zum Sichern und Wiederherstellen von OPPO K10X Kontakten, Chat, Daten, Fotos und SMS. Hallo meine lieben Freunde, wie geht es euch heute? Ich hoffe, ihr seid heute sehr glücklich und bei bester Gesundheit. Ich zeige euch ein neues und sehr wichtiges Video. Das eine einfache Möglichkeit zum Sichern und Wiederherstellen von OPPO K10X Kontakten, Chat, Daten, Fotos und SMS bietet. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Aber bevor Sie sich das Video ansehen, abonnieren Sie den Kanal. Damit Sie alles Neue und Spannende erhalten. Und folgen wir nun der Erklärung. Tipps zum Sichern aller wichtigen Daten in OPPO K10X, einschließlich Kontakte, Textnachrichten, Fotos, Videos, Text-Chat-Verlauf und so weiter. Viele Menschen verstehen nicht, wie wichtig es ist, ein Backup durchzuführen, bevor Probleme wie Telefonverlust oder Hartware-Schäden auftreten. Im Moment können wir nicht mehr auf unsere Daten zugreifen. OPPO K10X verfügt über einen großen internen Speicher von 128 GB oder 256 GB. Wir können weiterhin die MicroSD verwenden, die mit dem sekundären SIM-Kartensteckplatz geteilt wird. Es kann als Backup-Ziel verwendet werden. Android 12 ist sofort einsatzbereit, wenn wir es nach dem Auspacken öffnen. Es verfügt über viele Funktionen zur automatischen Sicherung mit einem Google-Konto oder unserem OPPO-Konto. Es gibt einige Apps, die ihre Daten bereits in der Cloud speichern. Wie Facebook, Instagram oder Gmail. Und bei einigen anderen können wir die Sicherung einiger Apps wie dieser überspringen. Das Sichern ist sehr wichtig, insbesondere wenn wir dieses Telefon für unsere fotografischen Momente verwenden. OPPO K10X verfügt über drei Rückfahrkameras mit 64 MP Weitwinkel plus 2 MP. Makro plus 2 MP Tiefenschärfe. Bitte befolgen Sie die folgenden einfachen Schritte. Um alle Fotovideos automatisch und kostenlos mit Google Fotos auf dem Cloud-Speicherserver zu sichern. Bitte beachten Sie, dass einige Menüs aufgrund eines Android-Firmware-Upgrades auf die neueste Version abweichen können. Einfaches Sicherungs- und Wiederherstellungsverfahren in OPPO K10X. Auf den meisten OPPO-Smartphones finden wir das Backup- und Wiederherstellungsverfahren von OPPO mit einfachen Ein-Klick-Schritten. Schalten Sie das OPPO K10X ein. Öffnen Sie das Menü Einstellungen größer als zusätzliche Einstellungen größer als sichern und zurücksetzen. In einigen Versionen gehen Sie zu Einstellungen größer als über das Telefon. Bitte aktivieren Sie die Option, meine Daten sichern. Wenn wir ein Google-Gmail-Konto hinzufügen müssen, klicken Sie auf Konto hinzufügen. Bitte aktivieren Sie die automatische Wiederherstellungsoption. Um ein neues Backup zu erstellen, klicken Sie bitte auf das Menü, Sichern und Wiederherstellen, und dann auf die Schaltfläche. Neues Backup erstellen. Wählen Sie, alle zu sichernden Daten auswählen. Klicken Sie auf die Schaltfläche, Sicherungsdaten, und wählen Sie dann, auf Telefonspeicher. Sichern, oder, auf externem Speicher sichern. So stellen Sie Sicherungsdaten wieder her. In Schritt 6 sehen wir eine Liste der zuvor erstellten Sicherungsdaten und wählen dann das Datum aus, das wir wiederherstellen möchten. Stellen Sie sicher, dass alle Daten, die wir wiederherstellen möchten, ausgewählt sind. Und klicken Sie dann auf Wiederherstellungsdaten. Warten Sie, bis die gesamte Datenwiederherstellung auf dem Oppo K10X abgeschlossen ist. Oppo K10X Manuelles Sicherungs- und Wiederherstellungsverfahren Melden Sie sich mit einem Google-Konto an, um Kontakte oder Telefonbuch auf Oppo K10X zu sichern. Fast jeder von uns wird in seinem Oppo K10X viele Kontakte- oder Telefonbuchdaten haben, die für unsere Aktivität sehr wichtig sind. Wir müssen alle wichtigen Daten an einem sicheren Ort sichern. Eines der wichtigsten Dinge bei der Verwendung von Android ist, dass wir unsere Kontaktdaten mit dem Google-Konto synchronisieren können. Wir müssen lediglich sicherstellen, dass unser Telefon bereits mit unserem persönlichen Google-Konto angemeldet ist. Nach der Anmeldung mit einem Google-Konto synchronisiert oder sichert dieses Telefon standardmäßig automatisch starten mit dem Google-Cloud-Server, sodass wir Speicherplatz für zwei Telefonbücher haben. Eines auf dem Oppo K10X und das andere im Store HTTPS-doppelpunkt-slash-slash-contacts.google.com Bitte überprüfen Sie diese Adresse, um sicherzustellen, dass alle Daten tatsächlich auf einem Google-Server gesichert sind. Hier sind die Schritte, um zu überprüfen, ob unser Oppo K10X bereits auf dem Google-Cloud-Server gesichert ist. Schalten Sie das Oppo K10X ein. Öffnen Sie das Menü Einstellungen größer als Benutzer und Konto größer als Google und stellen Sie sicher, dass Ihr Gmail-Konto bereits eingerichtet ist. Wenn wir ein Google-Gmail-Konto hinzufügen müssen, klicken Sie auf Konto hinzufügen. Bitte sehen Sie sich unser Konto an und stellen Sie sicher, dass die Synchronisierung aktiviert ist. Wie kann ich das Telefonbuch oder die Kontakte auf dem Oppo K10X manuell auf der SD-Karte sichern? Neben der Sicherung unseres Kontakts in der Google-Cloud können wir auch unseren Kontakt oder unser Telefonbuch in Oppo K10X sichern oder exportieren, indem wir das Exportmenü in der Kontaktliste verwenden. Schalten Sie das Oppo K10X ein. Öffnen Sie Apps, Kontakte. Wählen Sie alle zu sichernden Kontakte aus. Kontakte größer als Menü größer als Kontakte exportieren. Wählen Sie, auf Speicher, SD-Karte exportieren. Der Name der exportierten Datei wird angezeigt, um uns mitzuteilen, wo sich die exportierte Datei befindet. Schließen Sie die Sicherung Ihres Oppo K10X Kontakts auf der Speicherkarte ab. Wie kann ich ein Foto, Foto auf Oppo K10X sichern? Es ist auch wichtig, das Foto zu sichern. Denn mit der guten Kameraqualität des Oppo K10X haben wir viele wichtige Fotos für besondere Momente. Es gibt mehrere Möglichkeiten, unsere Medien wie Bilder und Fotos an mehreren Orten zu sichern. Der einfachste Schritt besteht darin, unsere Medien auf einer externen Micro SD-Speicherkarte zu sichern. Für diesen Schritt müssen wir jedoch zunächst unsere Micro SD-Karte vorbereiten und sie in den Speicherkarten-Steckplatz des Oppo K10X einlegen. Auf externe Speicherkarte sichern oder kopieren. Schalten Sie das Oppo K10X ein. Öffnen Sie den Startbildschirm. Suchen Sie den Dateimanager, File Commander und starten Sie ihn. Wählen Sie den internen Speicher. Wir werden viele Ordner sehen. Halten Sie einen Ordner gedrückt, um ihn auszuwählen. Nachdem Sie einen Ordner ausgewählt haben, wird die folgende Liste angezeigt. Wählen Sie im Menü unten die Option, Alle auswählen. Wählen Sie, Kopieren, oder Verschieben. Aber verwenden Sie besser, Kopieren. Um verlorene Dateien zu reduzieren. Wählen Sie Menü größer als SD-Karte. Wählen Sie den neuen Ordner, in den wir diese Dateien kopieren möchten. Wählen Sie Einfügen. Bitte überprüfen Sie unbedingt manuell im Micro-SD-Ordner, ob alle Dateien bereits kopiert wurden. Auf Computer sichern oder kopieren. Schalten Sie das Oppo K10X ein. Verbinden Sie Ihr Oppo K10X mit einem USB-Datenkabel mit dem Computer. Stellen Sie sicher, dass der Computer eine Verbindung zur Oppo K10X-Speicherkarte herstellen kann. Andernfalls versuchen Sie, den Benachrichtigungsbereich des Oppo K10X nach unten zu wischen und USB als Medium verbinden. Auszuwählen. Wenn der Computer bereits in der Lage ist, Daten des Oppo K10X-Telefons zu lesen. Verwenden Sie den PC-Datei-Explorer, um DCIM-Ordner in Oppo K10X zu öffnen. Und kopieren Sie alle Ordner oder Dateien an einen bestimmten Speicherort auf unserem Computer. Wenn alles fertig ist, versuchen Sie bitte, alle Bilder von unserem Computer zu öffnen. Um sicherzustellen, dass alle Daten bereits problemlos gesichert, exportiert oder kopiert wurden. Oppo K10X-Backup von Google-Fotos wiederherstellen. Sichern Sie Oppo K10X-Fotos-Videos im Google Fotos-Cloud-Speicher. Schalten Sie das Oppo K10X ein. Stellen Sie sicher, dass wir die Google Fotos-Apps aus dem Google Play Store installiert haben. Öffnen Sie die Google Fotos-Apps auf dem Oppo K10X. Wählen Sie die Einstellung in den Google Fotos-Apps. Einstellung größer als sichern und synchronisieren, ein. Wählen Sie im Menü, Sicherung und Synchronisierung, bitte Ihr Google Sicherungskonto aus. Wählen Sie im Menü, Sicherung und Synchronisierung, bitte, Upload Größe mit hoher Qualität, mehr. Dateien werden bei geringerer Dateigröße gesichert. Standardmäßig werden Fotos und Videos im unbegrenzten Backup von Google Fotos gesichert. Wenn Oppo K10X mit WLAN verbunden ist. Oppo K10X Wiederherstellungsverfahren Stellen Sie den Sicherungskontakt vom Google-Konto auf Oppo K10X wieder her. Wenn wir Oppo K10X zurücksetzen oder zurücksetzen, werden alle Daten entfernt oder gelöscht. So dass wir alle Kontakte wieder auf Oppo K10X wiederherstellen müssen. So stellen Sie wieder her. Schalten Sie das Oppo K10X ein. Gehen Sie zu Einstellungen größer als Benutzer und Konto größer als Google. Fügen Sie unser Google- oder Gmail-Konto hinzu. Beim ersten Mal können wir die Synchronisierung von Kontakten erzwingen. Um Kontakte vom Google-Server auf Oppo K10X wiederherzustellen. Stellen Sie sicher, dass die Synchronisierung aktiviert ist. Um unseren Kontakt weiterhin mit dem Google-Cloud-Server zu synchronisieren. Stellen Sie den Backup-Backup-Kontakt von der SD-Micro-SD-Karte auf dem Oppo K10X wiederher. Schalten Sie das Oppo K10X ein. Wählen Sie Kontakte. Wählen Sie Liste aus Kontakten, größer als Kontakt importieren. Wählen Sie aus Speicher, SD-Karte importieren. Wählen Sie, wo wir unseren Kontakt speichern können. Wählen Sie den Import einer V-Card-Datei. Befolgen Sie die Tipps und Tricks, um Ihr Oppo K10X zu reparieren und zurückzusetzen. Stellen Sie gesicherte Fotos und Videos von Google Fotos in Oppo K10X wiederher. Installieren Sie Google Fotos auf unserem Oppo K10X. Wählen Sie die Einstellung in den Google Fotos-Apps. Einstellung größer als sichern und synchronisieren. Ein. Melden Sie sich für Google Fotos-Apps bei Ihrem vorherigen Google-Konto an. Warten Sie einen Moment, wenn Ihr Oppo K10X mit dem WLAN verbunden ist. Dann werden unsere Fotos und Videos auf unserem Telefon wiederhergestellt. So sichern und wiederherstellen Sie den WhatsApp-Chatverlauf und Mediendateien auf Oppo K10X. WhatsApp ist eine beliebte Chat-App, die aus dem Google Play Store installiert wird. Wir werden viele vertrauliche Daten und wichtige Chat-Verläufe auf WhatsApp haben. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass alle Daten sicher auf dem Telefon und auf Cloud-Servern gesichert werden. Bitte befolgen Sie diese Schritte, um Oppo K10X WhatsApp-Verlaufs und Mediendateien auf dem Cloud-Server und im lokalen Speicher zu sichern und wiederherzustellen. Am Ende des Videos danke ich Ihnen fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns in einem neuen Video. Bis zum nächsten Mal.